Herzlich Willkommen zurück Leute zu einer neuen Folge GTA mit 9 Autos! Was? Hä? Wir haben die neuen Stunt Races. Es gibt ungefähr 20 neue Strecken. Und ich habe keine Ahnung wie das funktioniert. Quack quack! Wärmer los! W token eigentlich, aber. W ¿aaaaaaaaaaaack? OH Alter! Wο demostvos. Wo wurde queria geblieben? Moment, warum fahrt ihr so schnell mit den Dingern? Ich glaube es ist kaputt. Man muss die Taste drücken, um auf die Räder zu wechseln. Auf welche Taste? Oh mein Gott. Auf was? Drücken? Toll, ich war mit den Rädern. Dafür muss das Auto warten. Welche Taste denn? Linker Stick reiten wir können. Habe ich nicht! Das ist ich! Steht oben links, keine Ahnung. Aber Tastatur E! Ey wie geil ist das denn? Das ist doch richtig kaputt. Wer ist das hier vor mir? Das ist eine Anne vor mir! Alter, lieber nicht. Freunde, macht mal keine Hektik hier. Der Drogen Tunnel! Hey Crap! Nein! Was ist das? Nein! Was ist denn los hier? Das Ding ist ein bisschen sensibel. Ja. Dadurch, dass ich die ganze Zeit mit Reifen im Wasser war, bin ich letzter geworden. Du hast das Ding nicht gefallen. Aber du hast einmal den Stick reingedrückt. Oh mein, das ist da hinter mir! Ein Grün! Das ist natürlich bitter. Oh, das wäre auch mal wieder geil. Nein! Der Sprung hat mich gerade daran erinnert. Aber jetzt bin ich fertig ey! Hier im Drogen Tunnel! Hier brauchst du nämlich wieder Reifen! Aha! Vorbei! Wie ist denn los? Du musst manuell wechseln! Das ist mega! Das ist richtig geil! Oh Gott! Das kommt alles aufs Timing denn drauf an! Du wechselst teilweise! Wechsel! Oh nein! Ich hab den Knopf gedrückt! Ich hab dich gerettet! Ich hab dich gerettet! Anne! Nee, Juli! Du bleib mal eben! Ja, ich... Keine Ahnung! Oh je! Juli, drück mal auf der Tastatur E! Nee! Nee! Alle nehmen die Rampe! Ohne Rampe ist mal schneller! Du musst die Rampe nehmen! Anne! Die Hitboxen von den Dingern sind riesig! Also... Also... Wirklich! Also das ist echt krass! Ich hatte am Anfang schon... Ich hätte einen verfehlt! Aber das ist doch so krass! Wie am Anfang einer richtig weg ist! Ja! Das war ich! Ich bin richtig raus gewesen! So irgendwie auf den Flug! Ich war am Anfang noch drin gewesen! Komplett quer rüber! Ja! Und zack war ich weg! Einfach so ein Fun-Auto! Dann können wir auch gleich so nix spielen! Ich bin in die Stratifäre geflogen! Aber das finde ich halt auch schon mega gut! Komm gerade erst wieder! Ich war auf dem Mond! Das ist saugeil! Oh Gott! Oh! Ernsthaft! Ich hab den Checkpoint nicht richtig! Oh! 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 Warte mal das! Ich hab grad seinen Hut getragen! Aber 1A! Ich hab einen Pain Boost gegeben! Ja! Ich glaub wir sind gut, Anne! Durch den Drogentunnel! Oh Gott! Das will ne! Die Drogentunnel! Komm rein! Anne! Ich dachte wir sind Freunde! Nein! Aber ist die Bahn geil! Maruuu! Hier hört die Freundschaft auf! Ja ich merk's! Böse, Anne! Böse! Ich hör schon die Doppeln! Ey! Ich bin gerade unter Maru geflogen! Ich hab dich hochgesprungen! Au! Ja! Ich bin da ein bisschen an den Rand gekommen! Komm wir fahren! Wir machen keinen Mist wieder! Nein! Nein! Warte mir jetzt noch sagt, dass es von der Strecke eine zweite Wunde geben soll! Ne! Das ist voll toll! Ey! Pain drängelt sich in den Strecke! Wie ist denn länger die Strecke? Kann auch ruhig noch länger sein! Wir sind wieder im Business! Komm ein Sie, McFly! Achtung! Hahahaha! Aber es gibt ja auch für selbst gebaute Strecke noch mal ganz neue Optionen! Nein! Oh das könnte das Ende sein! Das ist das Ende! Das ist das Ende! Nein! Und ich war ganz vorne! Das ist... Und rechts war doch in dem Wasser! Ich war... Ich bin an dem scheiß Ding hingeblieben! Oh man taucht sogar unter! Oh nein! Das seid ihr doch bitte vorgesprungen hier! Items! Nein! Scheiße! Aber da taucht man auch noch an! Ey wie geil! Wir brauchen wieder dran! Wir merken schon, die Session wird nichts überhört! Das sind die, die auf der Rampi-Witch hatten bekommen, aber echt von Vorteil gewesen! Ja! Ja, das war leider ganz vorne! Das war nichts! Heee! Ich hab keine Ahnung! Ich bin zum Mond geflogen! Ich bin einfach irgendwas! Ich hab noch gemerkt! So mitten durch die Ozi-arten! Ich hab keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung! Wo hab ich überhaupt her! Du siehst doch! Da droppt er erstmal das Ding! Das ist ja der Schick hier! Das ist ja der Schick hier! Du musst den Stick reindrücken, aber du fährst gar mit Reifen im Wasser! Guck mal, die sind hier rausgefahren, ne? Du musst doch das Wasser-Modus, den Wasser-Modus anmachen! Da bist du auch so schnell! Das ist doch egal! Das geht auch mit Reifen! Aber wenn du mit der Gedrücktheit es zurücksetzen! Die Katze gewinnen! Das war ein sehr, sehr geiles Rennen! Ich find's krass, dass die momentan so viele Strecken raushauen! Das stimmt! Und das ist wieder cool! Wie ITEM hat gewonnen? Ja! Ich hab noch nie gewonnen! Ja, ich wollte grad sagen, Early hab ich da noch nie gesehen, ey! Das ist ja auch nur ein Platz für Qualitätsmenschen! Das ist ja auch nur ein Platz für Qualitätsmenschen! Holy shit! Das ist ja immer cool! Wenn der eigentlich einen rausdrückt... Sagst du es raus! Äh, 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 ist schon so oder nicht? Hat also nicht geklappt! Hat also nicht geklappt! Hat nicht geklappt! Schade! 67 Gigabyte sinnlos durch die Leilung gejagt! Jetzt wird gedrosselt! Aber, aber, aber! Das ist echt ärgerlich! Early? Okay! 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 Early, du bist neunter! Ja! Das ist ja auch noch recht süß! Ja, ich wollte ihm nur sagen, dass er nicht ersetzt! Okay! Rocket Manus! Rocket Manus! Alter! Jetzt spielen wir doch Rocket League! Ich habe das Gefühl, das wird lustig! Die Autos jetzt haben einen Boost! Wahrscheinlich auch in der linke Taste! Okay! Wahrscheinlich auch der gleiche! Hat man nur einmal den Boost? Weiß ich nicht! Ich hab's noch nicht gespielt! Und wir nehmen den Rocket Volt! Okay! Oh krass! Man kann den Helm nicht absetzen! Warum nur den Helm nicht absetzen? Wie? Ich hab keinen Helm auf! Nur die Uncoolen haben einen Helm! Ich kann mich jetzt auch nicht absetzen! Ich auch! Ihr müsst nochmal euer Fahrzeug auswählen! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Jetzt hab ich gerade eben wegen einem Hingrücker 1000 bekommen! Jetzt hab ich aber keine andere Mütze nicht mehr! Ja, weil so viele Leute mitfahren! Von seinen Eltern! Hammer, ey! Ja, ja! Ich kann ja noch nicht wechseln! Aber gewöhne ich nicht dran! Nee, nee! Sowieso nicht! Alter! Jetzt hab ich nicht mehr auf! In der letzten Runde müssen eigentlich alle diese Gewinneraktion mit Daumen hoch machen! Weil dann kann man so richtig schön sagen, wenn's euch gefallen, lasst du daumen! Okay! Nein! Ganz alt! Ich dachte, du hast immer du Loco! Nils macht das immer! Ja, ich hab YouLoco! Ich hab YouLoco! Stimmt, Nils fehlt noch! Ich hab immer... Dann hätten wir halt echt die Sechsten voll machen können! Ach, das ist doch diese scheiße Elektro-Karte! Oh Gott! Was? Alter! Ich starte vorne, ey! Ihr werdet alle verbrutzelt! Haut rein! Oh nein! Oh nein! Wie kann man denn auch gar keinen boosten? Alle Farbe rein! Und unten links hast du übrigens die Leiste davon! Kann man die Perspektive wechseln? Nja! Äh, wahnsinnig! Kameras Perspektive... Ey! Was ist falsch für euch? Das ist der Leck! Oh Gott! Der Leck bei mir! Was? Der Leck! Der Leck! Danke! Ich werde schon gefinished! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Holy moly! Ist das ein Klasse! Falsche Richtung mit Boost! Wie muss ich Boost? Wie muss ich Boost? Wie muss ich Boost? Linker Stick! Wie mit dem Reifen wechseln gerade! Da ist Feuer! Da brinnt! Das ist so gut! Ich hab jetzt nur Pause, weil mich dachte ich... Das war echt kein Absicht! Dass ich mich hoch gehoben hab! So flach ist das Auto gar nicht! Ich dachte so am Anfang gerade... Ja, ich hüb mir den Fuß! Oh Gott! Ich lieg zu weit! Ich lieg zu weit! Okay! Den zieh ich durch! Perfekt gelandet, Alter! Perfekt gelandet! Easy! Oh Gott! Ich lieg zu weit! Für die Fans! Hinterher dreht man nicht auf der Boost! Oh! Oh! Hey! Wir drehen! Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das ist nicht dein Best! Da hab ich ja nur Early erwischt! Ist ja nicht so schlimm! Ja, aber das auch war da! Guck mal, wie er beschleunigen kann man! Ja, das ist echt geil! Dafür ist der perfekt! Ja, der ist super! Ja, aber dadurch kommt man halt auch nicht mehr ran! Aber Platz hier! Hä? Was ist jetzt passiert? Guter Bayer, da bin ich rausgeflogen! Ah! Ey! Dein Ernst, Payne! Dein Ernst! Ich bin Sechster! Boah! Das ist scheiße, das! Wie bei allen Strecken gilt für mich bei dieser Strecke, wenn es keine Kurven gäbe, wäre sie besser! Was ist das denn? Ja, da wäre das Leben so einfach! Was ist das denn? Fuck you Payne! Fuck you! Das war auch mein Maschinen! Oh nein, Leute! Erlocker! Erlocker! Ist schon Ende? Adios! Da muss man doch fahren! Oh shit! Alter, aber die Strecken und die Fahrzeuge sind mal mega! Hammer! 10 oder 10! Die Strecke ist auch sehr smooth, finde ich! Ja, durch den Smooth! Wenn man mal bremsen muss, kann man direkt wieder Gas geben! Alle nutzen immer den Turm, das ist doch krass! Ich will gar nicht wissen, was die Max-Geschwindigkeit ist von den Fahrzeuge! Oh mein Gott! 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 O-oh mein Gott! Alter! Einmal Turm und ich hab grade Schocks, wir die endlich zu ihm holen! Toll, das ist super gut! Oh, was ist super gut ey! Oh, wie guter Sprung hier! Die Booster laden Ihnen Dings auf, ne? Ja! Hab ich auch grade gemerkt. Danke, Dado! Kein Problem! Ja, die Gelben sind direkt boost, Instant Boost! Die laden deinen Fuß immer voll auf, ja, das richtig ist. Die laden nämlich auf, die ich aktiviere den auch direkt. Es ist aber unmöglich, irgendwo wieder ranzukommen. Warum da alles? Doch, doch, du fährst, ich war grad Elfter und bin jetzt Fünfter, beziehungsweise war grad kurz fiend. Ich bin Elfter, aber ihr seid alle so weit weg. Du musst die ganze Zeit den Turbospam. Oh, Jungs. Ich hab ne Juli-Ontgen. Ja, aber ich bin wieder im Tour gelandet. Okay, das Auto ist verpackt. Also, wenn du einen hinten reinfährst, bleibst du manchmal instillend stehen. Ja, deswegen bin ich gerade eben wegen Pain-Komm mit dem Leben. Also du kannst von hinten kein Rappen. Dann verlierst du instant. Ey Kunra, ey Kunra. Warum klappt das bei dir? Bei mir hat das eben nicht gesagt. Ich bin ja nicht viel reingefahren, ich hab den Life weggezogen. Ja, bei Early hab ich mich einfach gedreht, als ich das versucht hab. Ja, hast du verdient. Doch. Ich hab keinen benutzt. Achso, du hast... Ja, das ist... Der Boost macht das... Ich weiß, ich booste ja schon, was das Zeug hält, ey. Wieso bist du noch da? Na, Ron? Ich hab einen Boost. Hä, du bist bei mir aber von der Bahn geflogen. Ne, ich hab mich einfach nur gedreht. Ne, bei mir bist du einfach rechts von der Bahn geflogen. Ja, einmal Rocket League Fliegen in der Luft geflogen. Voll geil, ey. Ich hab mich einfach nur gedreht und dann hab ich... Ich glaub ich fahr auf der Felge, das hört sich sehr komisch an. Ey, die kommt mal näher. Oh, der ist gut. Ja, ich... Wir werden ja auch nicht schneller. Ne. Der ist ja schneller als wir. Ja, ja, klar. Fahrfehler kann man ja auch nicht so viele machen. Oh, shit. Oh, Gott. Oh, das war ein guter Sprung. Ich glaub in der Luft sollte man den Fuß benutzen. Oh! Dann fliegt man weit. Nein, nass, mich fahr'n beim Abfug! Du musst ja nichts rein. Ja ja, genau das meine ich, ja. Damit du weiter... Oh, noo! Hey! Alex ist tot! Uuh! Da vorne sind die ersten drei. Wir schaffen das noch. Nichts Ramp hier, Alter. Oh nein. Ey die Rampen aktivieren den Fuß gar nicht, Early Bobo! Doch, nein, stopp jetzt habe ich verstanden! Du musst den aktiviert haben. Ja, sobald du am... Jetzt hab ich's auch verstanden. Sobald du einmal aktiviert hast. Nein! Nein, ich kriegst zu weit weg! Hier hätt ich gern in der Luft ein Turbo, damit ich nach unten drücken kann. Den verliebt man in der Luft, oder? Ja. Was, McFlug? Was? Was hab ich gemacht? Das war ja, das war ja wirklich ne Berührung und auf einmal dreh ich mich so komplett. Oh, Erl hat ein Turbo verpennt. Freiturbo hat er verpennt. Erl, du hast mich ja wirklich kaum berührt. Du hast mich ja wirklich kaum berührt. Gut, Erl. Nein, das war einer, Alter! Nein, ich hab einmal kurz nach hinten geguckt! Ich war noch ne Runde, weil er die weit fehlt. Ja, ja. Irgendwärte drei haben gesagt. Ja, ich. Irgendwärts kein Mist, fahr! Ich fahr! Du wirst auch ein Renn gewinnen. Ja! Ach Alter! Doch, es sind nur zwei Fragen! Nein, nein, nein! Ich wollt' dich doch gar nicht berührt! Erl hat mich gerammt. Das hast du doch gesagt. Ich wollt' dich gar nicht berührt! Gut, dass ich ja die so leise hab, ey. Ja. Das wär gut von dir. Standard-Einstellung. Riff Headset, ey. Minus 20 Dezibel. Ja. Ja, da sind wir wieder. Na, da kommt Dano wieder! Ja, dann bin ich wieder! Ja, das ist ja okay! Kommt Dano! Könnt er denn hinter mir, oder? Da sind mal Kurse, in denen man nicht bremsen muss. Du kannst sogar Turbo geben, halt! Richtig! Ich kann's einfach Vollgas geben, ne? Die ganze Zeit. Ja, aber die Karre hat du selber keinen Sound! Voltic! Du brauchst so'n Tesla Sound! Ja, du brauchst ja auch keinen Sound! Elektromotor und Düsenjet auf dem Rücken, also alles super! Wer ist dein Dreizehter? Meine wenigstens! Da hast du, Alter, raus! Ne, noch, noch gerettet. So! So lächerlich! Nein! Das ist jetzt dein Ernst, oder? Backflow! Warte, Alter! Fahr' mir mal hinten rein! Oh! Oh! Spannendes Rennen! Oh, was? Leu, was ist mit dir liquid? Der Grundra... Oh! Bist du mir hinten reingefahren? Du hast genau von mir rüber gezogen und ich bin da halt auf den Bull runter gebremst! Ja, das ist das Problem! Ja, genau! Fahr von der Rücken runter! Ja, das ist halt verbuggt! Ja. Schade, die ganze Zeit ist echt richtig gut gefahren. Nur ein Fehler. Wäre ich aber noch mal reingekommen. Oh! Jetzt dürfte ich keine Chance mehr haben. Ach, shit, den Turm! Mist, was du jetzt gezogen! Hab' ihn vergessen! Kann man mit dir nicht hin dringern? Nee, ne? Oh! Jetzt bin ich aus! Ja, okay! Oh! Nein! Oh, shit! Kommt schon wieder! Ich bin genau hinten drauf gefahren! Ja! Das war... War schon gut! Ich hatte gerade das Problem, dass ich so lange in der Luft war und dadurch mein Turbo kann echt gewinnen! Oh! Ich hoffe, McFly kommt nochmal wieder! Ja, ja! Kommt gerade raus! Nein! Ich hab ihn rausgehauen! Early! Ich hab gewinnt! Was du behindertes Stück! Äh! Ich kotze! Ich hab während ich... Ja! Der drehte einfach seine Ehrenrunde! Ich hab während ich mich gedreht hab den Boost aktiviert und hab, war ich komplett außer Kontrolle! Ja! Ich bin sechster! Ich kotze! Ja, du bist sechster? Ich fahr zweiter! Ja! Haut ab! Hi! Hi Liquid! Hi! Hi! Nein! Nicht vor mich fahren! Das Auto fragt rum! Die Kornrad hat mich gerade schon ausgebremd! Ist das Ende oder nicht? Nee, das ist noch ne Pipe! Ja, dann müssen noch ne Pipe sein, ja! Oh nein! Das sieht nicht gut aus für mich! Oh Liquid! Kommt Turbo! Komm schon! Was fliegst du denn so viel weiter? Oh! Hex! Das glaubst du auch! Komm, die hol mir noch ein! Wo ist denn Turbo? Mehr Turbo! Komm schon! Nein! Nein! Mehr Turbo! Mehr Turbo! Mehr Turbo! Nein! Mehr Turbo! Mehr Turbo! Nein! Mehr Turbo! Mehr Turbo! Nein! Mehr Turbo! Ah, schönes Rennen! Das war echt geil! Das war echt geil! Daxe, mach doch mal ein Papier da vorne! Ach! Nicht! Ich doch nicht! Nein! Aber wir schaffen das sowieso nicht mehr ans Ziel! Oh! Ist das nicht die Hoffnung nicht auf? Oh! Ne, das war... Was mich komplett davon vorne weg gehauen hat, war die Berührung mit Kuntran. Da kam ich nicht mehr an! Oh! Das können wir doch noch schaffen! Direkt bin ich nur in das Turbo! Ich hatte das aber auch in dem Rennen! Ja, ja! Das ist auch kein Vorwurf! Du bist ja gerade rüber gezogen, es war ja minimale Berührung! Ja, das hab ich auch nicht ganz verstanden! Du hast einfach Vollbremse gegengelegt! Ja, das war nicht mal Grenzen! Wenn du einfach reinfährst! Ne, ne, ne! Wir sind seitlich gefahren! Irgendwie hab ich dann Turbo benutzt! Als ich seitlich gefahren war! Ja, ja! Das wird auch kommen! Du hast mich komplett gedreht! Oh! Ich hab's geschafft! In der allerletzte Sekunde! Ey, Ola! Ich mach's weiter! Ich hab's verkackt! Ich musste mich einmal zurücksetzen! Und das ist echt Ende! Holy shit! Gibt das viel Geld, ey! Ich hab das am Anfang nicht gewusst! Aber trotzdem geiles Auto, ey! Davon hol ich mir erstmal richtig geile Villa! Wenn der Bug rausgeht, ey, dann ist das echt cool! Ja, ich hab den einzigen Kante gefunden! Dann werft ihr mal den anderen in den Korb! Egal wieviel du hier setzen kannst! Mit Gewinn würdest du mehr gewinnen! Maxi, warum hast du gewettet? Weiß nicht! Ich dachte aber, du warst gut! Dann bin ich nicht mehr ärger! Jetzt kommt... Es gibt drei neue Arten von Rennen! Einmal das mit den Jetskis, das was wir jetzt hatten! Und jetzt kommt noch eins! Jetzt kommt Flugzeug bestimmt oder so! Aber Leute! Die Folge ist bei mir jetzt zu Ende an dieser Stelle! Ich muss noch mal was tun! Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder! Wenn ihr euch erfahren habt, lasst ein Neubchen nach oben da! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Hau da rin! Bis dann! Und wenn ihr mehr GTA mit Facecam wollt, dann lasst ein Neubchen nach oben da! Hau da rin! Tschüss! 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 Tschüss!